Ah, hast du Mordrecht? Hast du Mordrecht? Polizeisperre? Warte mal. Kann sein. Ach, was ist das für ein... Polizeisperre. Ja, sag ich mich, komm sofort. Ah, du musst anhalten. Was soll das? Polizeisperre. Kontrolle, ist normal. Langsam ranfahren und stehen bleiben. Moment. Ja, Message deleted. Willst du einmal alle aussteigen? Hallo. Allgemeine Fahrzeugkontrolle. Allgemeine Fahrzeugkontrolle, ja. Oh, falsch. Hallo. Hallo, guten Tag. Moment, warte, ich muss mich mal eben sortieren, ja? Hi. Okay, wir haben hier eine allgemeine Fahrzeugkontrolle wohl. Was soll ich machen? Beide bereit? Was haben wir denn? Da sind wir noch hier in den Tag. influhoff, was gibt es denn? Was gibt es denn? Habe ich schon gelöscht. Habe ich schon gelöscht. Warte. Sie sind Salz-Fankler. Du bist dann noch einer... Du bist dann Anwender, du bist dann. Du bist dann. das ich bin das anwender ich komme ich wollte jetzt ich habe ein führerschein mir ich stehe doch hier schon beim brain hier ja warten sie 1 ja 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 tun sie was sie nicht lassen können anwender da musst du jetzt auch als fahrer einsteigen ja 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 ich weiß ja ja ich bin auch in gegen quatschen er ja gar nicht ja aus der see draufgeklickt krasser von der checkpoint hier checkpoint charlie die alle bei und du musst ich dir ja das soll die reingucken bei ihm das mach ich doch gar nicht achso oh jetzt kommt das Ziel von Colonel Officer Brian Schmuggel hier Salz nur Drogen! Wir schmuggeln Salz! also ne? Ah, Side-Channel, was ist das für ein Scheiß? wir sind wieder frei, Bounce House, wir müssen jetzt einmal nur V drücken, dann ist alles wieder auf cool okay äh, war es das soweit? so, Christian und bei ihm würde ich auch gerne einmal noch eben, äh, Vido suchen jaha, ich leg mich hin alles klar kling dich dann nochmal bitte auf achso, ich dachte, muss ich hinlegen ne, ne, stehen bleiben einfach, ganz normal alles klar, danke ja ich hau mich weg, Alter aua, nicht so hart das tut weh könnte ich bitte könnte ich bitte ihre, äh, Polizei Identifikationsnummer haben nur um sicher zu gehen gut, sie sind frei, einmal V drücken sonst muss ich das jetzt taz melden oder der Titan ja Titanic Verlag ja, der wird von euch hören können wir da weiterfahren? können wir da weiterfahren? gut, ihr könnt dann weiterfahren ich wünsche euch dann ne gute Weiterfahrt und immer anständig bleiben, ne? ja, mal gucken ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ja passt ihr gut auf ja, ja, steigt lieber ein komm langsam fahren wiedersehen langsam fahren langsam fahren erstmal abschließt das Auto bitte gerade langsam fahren, Jungs, ne? nicht allzu schnell hier gerade durch die Straßenferre fahren ja, ja schädig halt, scheiß ist doch witzig ähm ja komm, sag einfach mal eben nicht komm sag einfach eben nicht so gas, gas Oh, warte mal, warte mal, nein! Oh, oh!